Ich stelle das mal hier noch ein. So, herzlich willkommen. Ich hoffe, es hält. Mein Stativ ist leider kaputt gegangen. Das rutscht manchmal einfach so runter. Also wenn ich immer weiter nach unten gehen muss während der Kritik, wisst ihr warum. Ich möchte euch heute einen Film vorstellen, bei dem ich tatsächlich die ganze Woche überlegt habe, ob ich ihn euch wirklich vorstellen möchte. Nämlich Argyle. Ein Film, bei dem ich in der Trailer-Kampagne schon dachte, mein Gott, ist das ununterhaltsam. Wird es Leute geben, die da am Starttag ins Kino gehen werden? Falls ihr mit dieser Frage gerade noch ringen solltet, habe ich hier eine kleine Empfehlung für euch. Wie ihr das Ganze handhaben könntet. Außerdem, bevor es mit der Kritik losgeht, habe ich auch noch eine andere Empfehlung für euch. Denn, falls ihr es nicht mitbekommen habt, demnächst ist Valentinstag. Und da hätte ich zum Beispiel eine kleine Geschenkidee für euch. Mein Liebling, heute ist Valentinstag und ich habe mir gedacht, diese Gelegenheit möchte ich nutzen, um Danke zu sagen. Und deswegen möchte ich dir heute etwas zurückgeben. Etwas, was dir ganz besonders gefallen wird. Ich weiß doch, wie sehr du Holzkern magst. Ah, keine Uhr, so wie du es gewohnt bist? Nein, Holzkern hat ja auch andere Dinge. Taschen zum Beispiel oder Accessoires, wie Ketten. Und für meine Allerliebste nur das... Flocke! Das ist nicht, wie du denkst. Boi und ich, wir, ähm, die Kette... Ja, das hätte man wirklich besser planen können. Zum Beispiel einfach zwei Ketten von Holzkern bestellen. Ihr wisst noch gar nicht, was Holzkern ist. Holzkern stellt hochwertige Accessoires und Uhren aus natürlichen Materialien wie Holz, Stein oder Edelstein her. Und achtet dabei auf eine möglichst umweltverträgliche Produktion und Verpackung. Und dabei sind die Preise, wie ich finde, mehr als angemessen geblieben. Obendrein ist der Versand auch noch kostenlos. Neben den Ketten stechen bei Holzkern vor allem die hochwertigen Uhren heraus, die ebenfalls aus natürlichen Materialien bestehen. Vielleicht als kleine Erinnerung, in wenigen Tagen ist bereits Valentinstag. Und falls ihr eurer besseren Hälfte oder einem ganz besonderen Lebewesen etwas Außergewöhnliches mit Stil schenken möchtet, dann jetzt schnell im Shop stöbern und unbedingt meinen Code nutzen. Mit dem spart ihr nämlich 15 Prozent. Und wenn ihr bis zum 10.02. bestellt, dann kommt die Lieferung garantiert auch noch pünktlich an. Also jetzt loslegen und jetzt geht's weiter mit dem Video. Wow, hey, da ist eine Katze drin. Oh mein Gott, Sie sind die verdammte Ellie Conway. Die Autorin der A-Gall-Reihe, Ellie Conway. Ich bin so ein großer Fan. Oh ja, und was machen Sie? Spionage. Bekomme ich ein Autogramm? Wenn ich aus Filmen wie A-Gall rauskomme, stelle ich mir mittlerweile immer so die Frage, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass wir uns damit zufrieden geben, dass auf der Leinwand einfach nur noch das Mindeste gemacht wird. Oder um es anders zu formulieren, wie ist eigentlich aus, das geht ja gar nicht, irgendwann mal, naja, das geht schon irgendwie klar geworden. Ich habe das Gefühl, dass in den letzten 10 Jahren so viel Mittelmaß auf uns eingeprasselt ist, dass sich die Akzeptanzschwelle für uns so sehr verschoben hat, dass wir Filme, die wir früher als absoluten Schund abgestempelt hatten, irgendwie jetzt so durchwinken. Weil, ja gut, geht schon irgendwie klar. Und in Hollywood wird nach diesem Prinzip mittlerweile auch produziert, weil man ja weiß, die Leute, die winken das schon irgendwie durch, kann man sich eben auch Sachen erlauben, bei denen man sich vielleicht auch selbst als Regisseur früher gedacht hätte, da gehen wir vielleicht nochmal einmal mit der Qualitätskontrolle drüber. Argyle ist so ein Film. Ein Film, der eigentlich auf einer einzigen Meta-Idee fußt. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ian Fleming, der Buchautor der James-Bond-Bücher, der ist tatsächlich selber Spion gewesen. Im Zweiten Weltkrieg hat er selbst als Agent gewirkt und das hat natürlich bei den Lesern des Buches und bei Zuschauern des Films immer diese faszinierende Frage aufgeworfen, wie viel Wahrheitsgehalt steckt denn da wohl drin? Ich würde mal so sagen, vermutlich null, wenn man die James-Bond-Filme gesehen hat. Aber die Macher von Argyle haben sich diese Frage nun genommen und ja, ich will nicht sagen, dass sie sie weiterspinnen, denn das tun sie in diesem Fall auf keinen Fall. Sie machen eher eine eigene Frage auf, denn sie stellen die Frage, was wäre, wenn die Romane der Hauptfigur zu nah an der Realität sind? Das ist die Geschichte von Ellie Conway, einer Buchautorin, die die Argyle-Romane schreibt. Mittlerweile sind das fünf Bücher, in denen die Hauptfigur Argyle alle möglichen Abenteuer erlebt mit seinem Kompagnon. Der Film macht dann so eine Art Traumsequenz daraus, in denen werden diese beiden Figuren dann von Henry Cavill und John Cena gespielt. Und ihr werdet sicherlich auch, nachdem ihr die Trailer gesehen habt und die Plakate gesehen habt, denken, so ein Film mit Henry Cavill und John Cena, da habe ich richtig Bock drauf. Da sage ich euch, ja, schlechte Nachrichten. Die beiden kommen dann nämlich vielleicht so zehn Minuten, lass es zwölf Minuten sein, drin vor. Und dann ist im Grunde das hier eine Geschichte, in der ausschließlich Bryce Dallas Howard die Hauptrolle spielt. Und die ist für mich, wie ich finde, die denkbar schlechteste Wahl für eine Hauptfigur in so einem Film. Denn das wirkte für mich immer so, als hätte jemand meine Mutter gecastet, um in einem Agentenfilm mitzuspielen. Die wirkt die meiste Zeit wie so ein Hausmuttchen, die in der Regel dazu verdonnert wird, in den Szenen irgendwo an der Seite zu stehen, damit die anderen ihren Job machen können. Die anderen sind in dem Fall Sam Rockwell und ein paar Bösewichte, die der regelmäßig verkloppt. Denn, ja, die Geschichte kriegt dann noch einen krassen Turn. Stellt sich nämlich heraus, die Geheimorganisation, die sie in ihren Büchern beschreibt, gibt es wirklich? Ja, und sie hat mit ihren Büchern quasi die Zukunft oder die Realität vorausgesagt. Und deswegen ist eine andere Geheimorganisation, zu der Sam Rockwell gehört. Und mein Gott, ist das alles dämlich. Ihr habt im Trailer sicherlich schon gesehen, Sam Rockwell sitzt dann irgendwann auch in der Szenerie rum. Und der ist eigentlich ein richtig guter. Ich mag den total gerne. Aber hier kann der nicht viel ausrichten. Der hat in der ersten Szene noch ein bisschen Witz, den er versprüht. Das, was man im Trailer auch schon sieht. Irgendwann wird aus dieser Charakterdynamik zwischen den beiden aber dann leider was sehr, sehr Nerviges. Denn diese beiden sind dann dazu verdammt, um die Welt zu jetten und verschiedene Rätsel zu lösen, weil sie versuchen, der Frage auf die Spur zu gehen, was passiert denn nun als nächstes? Sie als Buchautorin müsse das ja wohl eigentlich wissen. Und weil beide wider Willen miteinander verstrickt sind, kommen sie sich regelmäßig ins Gehege. Und ihr merkt schon, das ist alles ein wahnsinnig konfuser, wirrer Haufen. Und da habe ich noch nicht mal erklärt, dass dann auch noch eine Katze ständig drin rumwuselt in dem Film, die ja auch auf dem Plakat groß drauf ist, die auch im Trailer ganz prominent gezeigt wird. Und bei der man auch sich fragen muss, warum eigentlich? Weil sie kommt im Film fast nicht vor und hat auch null Relevanz für die Geschichte. Man hat so das Gefühl, dass die irgendwann in der Konzeptionsphase des Films da gesessen haben, in so einem Brainstorming-Meeting. Und dann hat einer aus der Marketingabteilung gerufen, Hey, Katzen sind doch voll das Ding im Internet. Und alle so, yes, voll die gute Idee. Und jetzt ist da halt eine Katze drin. Genauso verhält es sich ja auch mit John Cena und mit Henry Cavill und Dua Lipa. Drei Leute, mit denen auf dem Poster geboren wird. Und auch hier ist es wieder mal Etikettenschwindel. Ein Wort, das ich erstaunlich häufig in meinen Kritiken neuerdings verwende, weil ich immer wieder das Gefühl habe, dass Filme einfach mit Blödsinn werben. Und diese Versprechen dann nicht wirklich einhalten können. Aber Argel kann so vieles nicht einhalten. Denn abgesehen von diesem ganzen Wirren durcheinander, kann sich der Film nicht so richtig einigen, was er denn jetzt eigentlich sein möchte. Ist es hier eine Agentenkomödie? Ja, nicht wirklich, denn richtig lustig wird es hier eigentlich eher selten. Spannend ist es schon mal gar nicht. Das hier ist nicht als Thriller konzipiert worden. Aber die Action, die funktioniert nun mal leider auch nicht. Ja, gerade in der ersten Sequenz im Zug sieht man noch am ehesten, was in den Actionsequenzen passiert. Aber wenn man das zum Beispiel vergleicht mit Bullet Train, einem Film, der auch im Zug spielt von vor zwei Jahren, da sieht Argyle leider ziemlich alt aus. Vor allen Dingen fällt auf, dass die Szenen hier relativ brutal konzipiert sind, aber es kein Blut fließt. Auch hier wieder ein Film, der seltsam beschnitten wirkt. Also gucke ich dann die meiste Zeit dabei zu, wie Sam Rockwell versucht, irgendwie cool genug zu sein, um die fatalen Schwächen des Drehbuchs auszumerzen, während ihm dann Bryce Dallas Howard so nervös hinterher watschelt. Und man hat so das Gefühl, diese Tropes, dieses Frauenbild, das hat man eigentlich zuletzt in den 80er Jahren gesehen. Das ist also ein Film, der sehr, sehr bieder, sehr, sehr spröde, sehr, sehr gestrig wirkt und trotzdem aber diesen Charme alter Agenten-Thriller nie einfängt. Es gibt ja genügend Beispiele, wie du das hier hättest aufziehen können. Es gibt genügend Agenten-Komödien, natürlich genügend Agenten-Thriller und Action-Thriller, die man hier irgendwie zu emulieren versuchen hätte können. Aber am Ende kommt hier etwas bei raus, bei dem ich gar nicht verstanden habe, was das Ganze sein soll. In der Mitte fängt der Film dann an zu twisten und zu turnen und es wird aus dieser abstrusen Geschichte noch etwas abstruseres. Und da hatte mich der Film eigentlich schon komplett verloren. Agile bekommt gerade von den Kritikern auf der gesamten Welt furchtbare Wertungen. Auch hier in Deutschland habe ich jetzt bei meinen Kollegen auf Letterbox vor allen Dingen gesehen, halbe Sterne, Einsternwertungen. Es sieht ziemlich übel aus. Und ich muss sagen, im Kino, in dem ich den gesehen habe, saßen tatsächlich Leute, die gelacht haben. Es kann also sein, dass ihr hier durchaus Spaß habt. Und das will ich daher dann nochmal anmerken. Vielleicht habt ihr nie einen Agenten-Film gesehen. Vielleicht ist das genau euer Humor. Und ich hatte auch das Gefühl, immer wenn die Katze zu sehen war, sind Leute besonders ausgerastet. Also wenn es reicht, dass eine Katze miau sagt, dann rein in A-geil. Ich fand das einfach krasse Scheiße. Deswegen kann ich hier leider auch nicht viel mehr geben, als anderthalb Sterne. Anderthalb Sterne deshalb, weil Sam Rockwell, der reißt es einfach raus. Der komplette Rest ist Quatsch. Brian Cranston ist noch dabei. Auch dem habe ich gerne zugeguckt. Aber man sieht ihn kaum. Und die Sachen, die er sagen muss, sind leider auch ganz schlimm. Die wenigen Figuren, die da wären, dieses Potenzial, was da durchscheint, mit denen kann man sich diese Wertung noch so ein bisschen zurechterklären. Aber ja, letzten Endes müsst ihr das selber herausfinden. Aber ich kann mir vorstellen, eigentlich wen interessiert A-geil? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Das Jahr darf definitiv besser werden. Und ich hoffe, es wird es noch. Denn im Februar starten jetzt, beziehungsweise auch im März ja dann spätestens, starten dann ja ein paar krasse Sachen wie Dune. Ich kann es kaum erwarten. Einen Monat ist es noch. Und dann können wir hier endlich mal hoffentlich spätestens dann wieder über gute Filme sprechen. Wir sehen uns in den nächsten Tagen wieder. Ich bin dabei gerade, das Film ABC vorzuproduzieren. Und es wird auch noch eine neue Sache hier geben. Da will ich nächste Woche mit anfangen. Ich war nur diese Woche krank und konnte nicht drehen. Aber das passiert alles. Bleibt dran am Ball. Es kommen wieder bessere Zeiten im Kino. Und ich hoffe, dann gibt es hier auch die fetten Wertungen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.